Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Döner-Folge. Ich nehme den Schlüssel, los! Let's go! Ey, Avok, viel zu langsam. Hast du Lockpick benutzt oder was? Vielleicht. Ey, lass mal alle A-Way killen. Äh, warum das denn? Und für alle, die das nicht gemerkt haben, Lahm, ihr habt einen neuen Skin, ey. Ja, was geht ab? Der Online-Dater. Sag mal, wo bist du? Lahm, komm mal zu mir. Wir sind schon bei Tür 5, Junge. Alter, sehr, sehr süß. Wir machen jetzt Speedrun, wir machen das in 5 Minuten. Der letzte bei Tür 100, der stinkt, okay? Der muss eine Tomate essen. Okay. Nein, ich hasse Tomaten. Okay, zu viel von A-Way, okay. Ja, 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 ich werde nicht der Letzte sein. Ja, weil du gar nicht ankommen wirst. Wenn ich Letzter bin, dann esse ich drei Zwiebeln. Ich nehme meine Vitamino und renne jetzt einfach vor Tür 10. Oh, nein. Oh, eine Kerze. Oh, da ist viel Geld. Ey, du hast keine Zwiebeln, A-Way. Oh, oh. Tür 16. Ich versteck mich, ich mach nur Heiding. Ich bin bei Tür 13 erst. Ich bin bei Tür 13 erst. Ja, ich hab überlegt, ich war nicht tot. Yo, Lamy, ich war nicht tot. Ey, tu Lamy, Lamy. Lamy ist so ein Lamy. Er lebt doch noch. Ey, ich hab mich verarscht. Oh, ich hab einen Speech. Lamy, auf weiter, passt auf. Lamy ist in Tür 18. Hä? Lamy hast hier durchgespielt. Ja, Pech gehabt, ne? Wir laufen jetzt zusammen, okay? Äh, okay, können wir auf jeden Fall machen? Mario? Nein, geht da durch, geht da durch. Oh, oh. Was redest du, Bapu? Ja, ja, von wegen, ey. Hä, Bapu ist letzter. Oh, da liegt eine Batterie. Ja, die nehm ich mir. Ja, die brauche ich. Ja, danke schön. So, welche Tür ist richtig? Hat die mal aufgepasst? Äh, nö. Äh, 23. Tür 7. Ja, dann können wir nicht lockpicken, okay. 7. Oh, ich hab den Schlüssel. 23. Ich hab einen Lockpick. Ah, okay. Da ist doch 23. Wichtig war. Wie nimmst du denn Lockpick? Emily, erdbeer? Oh, jetzt kommt Rush. Ey, wollen wir ne Wette machen? Wer jetzt erstes stirbt? Okay. Emily? 1,001. Lamy? Emily, was erstes? Oh, du hast überlebt, ey. Sui. Herr Abok, ich hab gesehen, du hast No-Hiding-Challenge gemacht. Bist so ein Profi. Bin ich. Und jetzt nehm ich Vitamine und rennen weg. Aber macht die No-Brain-Challenge. Warum machst du denn hier Vitamine? Das ist voll unnötig. Habt ihr Vitamine genommen? Hey, das war so schlecht. Echt? Hä? Aber auch? Ja. Der hat auch keine Lust. Ich bin im Schrank. Ich freu dich. Let's go. Ich werd euch jetzt verfolgen. Ja, dann wird das easy. Was redet ihr da? Oha, Alter. Okay, muss Ari zustimmen. Das ist krass. Oh, wir müssen links rum. Fahrt aus. Oh, ne Batterie. Nein, das war meine Batterie. Hab die genommen. Links, 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 links. Oh, ich seh da Vitamine vor mir. Oh mein Gott, ich wär fast gestorben. Oh, ich hab's. Ich wär fast gestorben, weil ich im Schrank war am Anfang. Oh mein Gott. Und Emily hat mir meine Batterien geklaut. Mann, was soll denn das? Ja, sorry. Ich brauch die selber. Alter, das war richtig knapp. Vielleicht in 10 Sekunden. Ob ist der tot? Hä? Ja, wo ist Mario? Ich bin sogar vor dir, Mann. Wo ist Ketchup? Glauben, wie das Ambush kommt? Ich glaub nicht. Ambush. Ich kann den nicht richtig aussprechen. Lach mich nicht aus. Ambush. Wenn jetzt Rush kommt. Ey, wir sind gleich in der Bibliothek. Okay, wollen wir machen, wer jetzt letztes Bibliothek? Ich geh zurück. Jetzt hat gewonnen, okay? Ich auch. Achtung. War das... Kommt Rush oder was? Hier geht einfach runter. Geht einfach runter. Ja. Überlebt. Ich bin extra vor euch zurückgelaufen. Lavi? Alter, seid ihr schon in Tür 50 oder was? Alter. Hä, wo seid ihr? Okay, wir machen, wer sich jetzt als letztes hinsetzt, der hat gewonnen, okay? Äh. Oha. Okay. Ich meine, ich bin drin, als Rush, okay? Und ach, du? Ach, du meinst in Tür 50, okay? Ey, ich würde so sterben. Ich mach nicht mit bei der Challenge, ey. Ich auch. Ich auch. Lauf direkt los. Ah. War bestätig. Oh mein Gott. Oh oh. Hilfe. Oh, ich sitze. Ich sammle Bücher. Ich habe ein Buch. Wie viele hast du? Ich hab schon zwei. Ein. Alter, ihr dreht. Lass den voll durchdrehen. Ich hab schon drei Bücher gefunden, Mann. Ohne, ich hab nicht auf den hingesetzt. Oh, ich bin so blöd. Warte, haben wir schon alle Bücher voll? Ui. Äh, das ging ja so schnell. Passt auf, die kommt. Ey, ey, ich logge ihn jetzt hierher. Ja, ich logge ihn einfach hierher. Okay. Ist der mein Tod oder was? Nein. Oh oh. Nein, der kommt nach oben. Oh mein Gott, hast du Glück. Alter. Okay, der Code ist fünf, sieben, sechs, acht und steht eins. Fünf, sieben, sechs, acht und dann fehlt uns noch ein Kreuz. Okay, okay, okay. Der Kreuz ist sechs. Hallo, ich komm nicht hoch. Kreuz ist sechs. Ja. Ey, hört die Maul, bitte. Hör die Tür auf. Ist falsch, ist falsch gewesen. Der Code war falsch. Verstell. Komm her, Rush. Ja. Oh mein Gott. Emily tot oder was? Nein. Oh oh. Ich seh es, Emily. Emily und ich haben den Finger der Finger dahin. Ihr müsst den weglocken, sonst stirbt sie, wenn sie rauskommt. Wer das erste stirbt, ist ein Noob. Oh, er ist wieder. Alter. Oh mein Gott. Lamy, du Noob, ey. Oh mein Gott. Ey, Lamy, du bist ein richtiger Held. Lamy, was machst du hier? Pass auf, Emily, pass auf. Ey, wo ist dein Kopf hin? Wie bist du denn an Fickern gestorben, ey? Ich bin Leon Brookhaven. Oh mein Gott. Ich höre hier noch ein Buch, Freunde. Ja. Und das ist das, nicht das Letzte. Hallo. Doch, das ist das Letzte. Ja. Gib den Code ein, Emily los. Und das ist fünf, sieben, sechs, acht, acht. Aber wartet, Lamy, ich hab da hingehen. Ich darf mich nochmal stehen. Ja. Ich hab die Tür aufgemacht. Lamy. Noch nicht durch, noch nicht durch. Alter, ihr geht durch. Er ist los. Lamy ist nochmal gestorben. Oh mein. Hey, Lamy, du Loob. Oh, Lamy. Ey, warum seid ihr durchgegangen? Warum geht ihr durch die Tür? Hä, also ich bin nicht durchgegangen. Und ihr? Ich auch nicht. Ich war der Letzte, der durch die Tür gegangen ist, ja. Nein. Nein, ich war der Letzte. Nee, Babo war wirklich der Letzte. Ach stimmt, Babo war der Letzte. Ich war der Zweitletzte. Hey, du warst der Erste. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Genau. Tür 55. Ja. Ich bin da. Ich war vor der Tür. Wo geht's lang, ey? Ach so, da. Ey, wer hier vorne am Anfang ist. Einmal um Ecke. Einmal um Ecke. Mach mal auf. Klar mach ich auf. Ja, mach jetzt mal auf. Mach auf, los. Ja, mach doch auf. Oh, ha. Heiß. Heiß. Oh, lecker. So, ey, muss ich verlaufen? Ist Mayo tot oder was? Nein, ich hab mich aber verlaufen. Ah, Mayo, du wirst gleich teleportiert. Keine Ahnung. Ja, du kannst dich nicht sterben. Wir laufen einfach weiter. Und wenn Ambush kommt, dann killt er dich. Ey, da hinten ist er. Oh, ey. Ja, jetzt haben wir erstmal so einen Raum. Ja. Was sagst du dazu? Schönes Bild, oder? Ja. Sehr schön, zeig mal. Schönes Bild. Hier. Alles falsch, nein, falsch. Mayo, du bist ja schon wieder da. Okay. Ja, ich war sogar vor dir da. Ey, kurze Info, weil Tür 61 kommt off Rush. Also jetzt bei dem Raum hier. Ey, okay. Also ich glaube, er kommt nicht. Nee, 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 nee. Dann hätte der sich schon angemeldet. So, ich hab ein... Ey, ach doch. Hat einer schon den Schalter gefunden, oder was? Nope. Ich seh gar nichts. Hast du keine Taschenlampe? Ey, nur ne Fackel. Oder wie das heißt, ne Kerze. Ey, du kannst die Kerze mal nicht. Lass die Kerze mal nicht. Ja, ja. Die Kerze ist sau wichtig. Ich weiß, ich weiß. So, hat jemand gepullt, ne, ne? Ne. Ey, das war... Ey, Leute. Das war ja mega schlimm. Ey, chillt hier oben einfach. So, ich schalte. Mario, komm los, 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 Mario. Ja, ich seh gar nichts. Ey, hast du einfach rumgechillt, oder was? Äh, nein, nein. Das ist wirklich so ein Raum, wo oft Rush kommt. Ja, aber hier haben nur drei Schränke hier. Ich hab den Raum nicht gesehen. Ich geh auf das Bett hier. Okay, dann nehm ich den Schrank. Rush kommt doch nicht, ihr könnt weitergehen. Was redest du? Da ist jemand tot. Nee, doch nicht. Das war nur Lichten. Okay. Ey, bei mir waren zwei Schränke frei einfach. Oh, da waren voll viele Schränke. Alter, lacker. Ey, welche Tür sind wir jetzt schon? Gleich kommt die 266, Freunde. Ey, so schnell geht das. Let's go. Wir müssen jetzt am Ende dranbleiben, damit ihr seht, wie Emily in Tür 100 stirbt. Was? Was? Was hast du denn gesagt? Ich glaube nicht. Ich hab Vitamine gefunden, ey. Weiter! Warte mal, kann man das nicht öffnen? Nee, kann man nicht. Ich gehe zurück. Ihr könnt euch hier auch unter das Bett verstecken. Da kommt nix, Papo. Das war nur Fake-Flackern. Ey, da wird hier gleich teleportiert. Ja. Pass auf, jetzt kommt die Seek-Chase. Okay. Was ist das? Das ist auch nicht, Freunde. Oh. Nee, doch nicht. Also, ich hab nur noch einen Millimeter von meiner... von meiner Taschenlampe und sonst hab ich gar nix mehr. Also, falls die Batterien seht, dann wär ich sehr dankbar. Okay, dann sammle ich die schnell auf. Emily, du hast so heftig gepupst, dass der Schrank rumgefallen ist. Was labest du? Oh mein Gott. Was labest du? Sehr, sehr frech. Ah, jetzt kommt der Chase. Ja. Los, geh. Geh aber aus. Oha. Lami. Hey, was Lami? Da ist Lami, ja. Oh, Lami ist wieder da. Abor, du hast mich einfach abgeknutscht. Welcher Noob hat Vitamine genommen? Ich. Ey. War das jetzt Abog oder Babo? Oh, es war Abor. Ich bin kein Noob. Ich bin schon 164 Mal indoors gestorben. Ich bin kein Noob. Die Tür ist hinten. Warte mal, wer hat da eine Taschenlampe in der Hand? Ich hab gar nichts in der Hand. Aha. Vor mir laufen zwei Taschen ab. Vom ja auch. Das war ich dann, okay. Alter. Das heißt, ihr beide, Babo und Awe. Nein, das war Emily und... Ich. Ach, du für 80. Oh, jetzt kommt Amber. Ey, hier werden nicht genug Schränke. Wer ist Amber? Oh, er kommt wirklich. Wir können euch hier hinten hinterm Sofa verstecken. Ganz im Schrank? In den Schrank hier vorne. Hier hinterm Sofa. Ich nehm den hier. Ey, doch hinter dem Schrank oder nicht? Hier, Emily, wird nicht überlebt? Ja, klar. Ey, das ist nur Rush. Ja, das ist nur Rush. Aber ich hab überlebt. Nur Noobs haben Angst vor E-Mail. Ja, er stirbt dauernd. Der killt mich immer. Ja, der ist wirklich krass. Wir sollten mal Angst haben vor Amelies Pups. Die sind so heftig. Aber die stinken, ey. Oh, ja. Die stinken schon bis zu 100 stinken die. Oh, oh. Ja, moin, glaub ich in die richtige Richtung. Was muss man hier machen? Einfach B und S drücken. Umdrehen. Okay, welch den Bunt? Einfach Rhythmetz gehen, wenn das C kommt. Ah, ich hab zu redet. Ja. Schnell wegrennen. Hey, ich hab ganz Zeit die Schokolade. Okay, ihr könnt euch jetzt noch einmal reviven, Freunde. In der nächsten Tür könnt ihr euch nicht mehr wiederbeleben. Oh, oh. Okay, ich sterbe und gelegt. Ey. Alter, wenn sie da jetzt rein und kommen, du hast... Die will uns alle killen, ne? Wer hat, äh, die, äh, die Kerze von euch? Ich. Nein, aber... Aui. Der größte Noob von allen. Das ist saugefährlich, dass die vorgeht, ne? Ey, meine Kerze ist aus. Die rennen einfach weiter. Rennen mal weiter, Freunde. Ey, es kommt jemand. Es kommt jemand. Ich bin der Knot. Ich bin tot. Ich sag's euch auch noch, ihr Noob. Oh, oh. Die Tür ist vor mir zugegangen. Danke, Baba. Oh, ich wurde teleportiert. Ey, komm mit. Wir machen das Ding. Es ist wieder aus bei mir. Die Kerze? Ja. Ah, jetzt ist sie wieder an. Oh mein Gott. Nein. Ich bin in der Falle getreten. Wenn ich jetzt einmal... Es kommt jemand. Rush, rush, rush. Kommt. Ja? Ja, wirklich. Ja. Glaubt dich. Troll euch. Junge, das ist mit euch so schwer, ey. Guck mal, ob die nochmal kommen. Ja, kommt er. Oh mein Gott. Ey, Emily, bist du tot? Nein, natürlich nicht. Aber das war so knapp, ey. Ich wurde wieder tippet und ich bin auf einem halben Herzen. Emily, das hast du verdient. Du warst so gemein, ey. Ey, A-Ray, das ist das erste Mal, dass du dort schaffst. Ey, was bist du? Ey, ich mein A-Ray. Ich mein A-Ray. Ach so, A-Ray. Oh mein Gott, ich wollte schon sagen. Noch nicht den Hebel umlegen. Ja, genau. Ja, ich kann das öffnen. Wurz eigentlich Mario und Babbo? Ja, die sind tot. Ja, weil du vorgelaufen bist. Ja, Emily, du bist vorgerannt, ey. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich glaub einfach Noobs. Ey, ich weiß echt nicht, wie das hier funktioniert. Okay, jeder läuft in einen anderen Raum. Ich lauf hinten links rein. Ich lauf rechts. Hinten links, okay. Was? Mitte. Muss man in die Hocke gehen? Nee, noch nicht. Ich bin in der Hocke schon. Und der ist, glaub ich, hinter mir. Okay, jetzt in die Hocke. So, ich hab den ersten Schalter, den zweiten. Ich seh gar nichts. Ich hab drei gefunden, ey. Ich hab auch drei gefunden. Vier gefunden, fünf gefunden. Null gefunden. Ey, wo ist der gerade? Ja, weiß ich nicht. Äh, er ist, glaube ich, bei mir. Ich hör ihn. Ich hör, wie er schreit neben mir. Oh, er kommt auf mich zu. Okay. Er geht nach mir vorbei. Ich hab ihn gesehen. Wo ist er? Er ist in den langen Gang. Er ist rechts irgendwo. Er ist bei mir in dem Raum, also am Raum. Ich bin im Mittelraum, da brauchst du nicht hingehen, da ist nichts mehr. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ey, ich bin im Mittelraum. Um die Ecke. Ey, nicht rein. Ey, in dem Raum bin ich schon. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ey, ihr müsst mir mal kurz sagen, wo der ist. Ich weiß es nicht. Der ist da, wo wir reinkommen, bei der Eingangstür gewesen. Meine Taschen hat es. Geh weg, geh hinter, geh hinter. Ich hab alle Schalter eingesammelt. Ey. Er kommt. Wo ist der? Er kommt. Ich hab mal eingesammelt. Wo bist du AA? Hinten ins Eck. Ich hab seine Schritte gehört. Ja, ich gucke jetzt mal. Bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Let's go. Oh mein Gott. Pisi, pisi. So sieht das aus, wenn man gewinnt. Du musst nur mit mir spielen. So, dann wollen wir mal. Du musst jetzt einfach alles, was ausgeführt ist, ihr andrücken. Kann ich euch auch zuschauen? Das mache ich eben. Wow, total gerne. Okay. Ich stehe hier einfach nur im Eck. So, jetzt hab ich richtig. Warte, wenn der nächste Check kommt. So, jetzt bin ich fertig. Es geht los, Leute. Ich hab's geschafft. Oh, oh. Was muss ich machen überhaupt? Du musst dich jetzt umdrehen. Äh, wohin? Du musst wegreden, nach oben. Oh mein Gott. Nach hier oben? Wenn ich richtig. Ja. Ah. Wohin soll ich? Oh mein Gott. Das ist mein erstes Mal durch. Oh mein Gott. Let's go. Das ist das erste Mal, dass ich Doors schaff. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Das habe ich noch nie gesehen mit meinem Skiden. Wow. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Let's go.